Die Philosophie, die hinter der Zahnklinik Josefstadt steckt, ist eigentlich sehr simpel und einfach erklärt. Durch die permanente Weiterentwicklung in der Zahnmedizin ist es einem Zahnarzt nicht mehr möglich, das ganze Spektrum abzudecken. Und das ist der Vorteil, dass ein Patient durch Spezialisten aller Fachrichtungen hier beraten und behandelt wird. Wir sind sechs Zahnärzte mit den unterschiedlichsten Spezialisierungen. In der Parodontologie beschäftigen wir uns mit der Erkrankung des Zahnhalteapparates. Die Parodontitis ist neben der Karies die zweithäufigste Krankheit in der Mundhöhle. In der Kieferorthopädie beschäftigen wir uns mit den Zahnfehlstellungen und versuchen diese sowohl mit herausnehmbaren als auch festsitzenden Zahnspangen zu versorgen. In der oralen Chirurgie beschäftigen wir uns mit der Entfernung von Weisheitszähnen, Wurzelresten, Zystenoperationen und weiters bieten wir natürlich auch das Gebiet der Implantologie an. Wir sind heute mit Hilfe von Implantaten imstande, den Trahekomfort von Prothesen um einiges zu erhöhen und damit die Lebensqualität zu steigern. Mundhygiene und Prophylaxe sind der Grundbaustein eines funktionierenden Kaurgans. Daher bieten wir für jeden Patienten ein individuell maßgeschneidertes Intervall an, zu dem er wieder zur Mundhygiene erscheinen sollte. Weiters bieten wir jede Form der Ästhetik Dentistry an. Zur Ästhetik Dentistry gehören minimalinvasive Composite-Füllungen, Bleaching, Mundhygiene, hochästhetische Keramikversorgungen und unsichtbare Zahnspangen wie Invisalign. Wir bieten den Patienten ein Gesamtkonzept an und daher haben wir uns entschlossen, verschiedene Spezialisten des jeweiligen Fachgebietes zusammenzufassen und unter einem Dach 52 Wochen im Jahr für Sie da zu sein.